Da ist unser kleiner Tops, schon recht häftig mit seiner Stimme inzwischen. Wir haben es jetzt die ganze Zeit gewärmt, der kleine Mann oder die kleine Frau ist jetzt schon richtig kräftig, obwohl das jetzt erst ein paar Stunden her ist. Wir werden jetzt mal gucken, ob das Huhn das kleine Ding annimmt. Süßer Fratz, kleiner Kämpfer.